Hi, mein Name ist Axel von RedRace und beim heutigen Park Tool Workshop zeige ich euch, wie er eine neue Kette aufzieht und die kürzt. Wenn er einen kleinen Gang fährt, dann schiebt er das Hinterrad relativ weit nach hinten. Je größer das Ritzel ist, dass er ein bisschen weiter nach vorne fährt. So könnte er eigentlich mit verschiedenen Übersetzungen die eine und selbe Kette fahren. In dem Fall ist es ein relativ kleines Ritzel, dementsprechend das Hinterrad relativ weit nach hinten geschoben. Als nächstes einfach mal die Kette umlegen, anhalten, wie lange die Kette sein muss und an der Stelle dann kürzen und dann einfach mit dem Kettenschloss die Kette nochmal schließen, das Hinterrad festziehen. Jetzt habt ihr die Kette gekürzt. Mein Name ist Axel von RedRace und das war der Park Tool Workshop. Die legge ich die Kette ab und die schäle ich euch wieder an. Danke, bis zum nächsten Mal.